So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind in Salento angekommen. Und wie ihr vielleicht hier sehen könnt, es regnet ein bisschen. Aber es macht grundsätzlich nichts, weil wir wollen jetzt mal etwas zu mögeln. Und danach gehen wir irgendwann mal in unser Hostel. Unser Hostel ist ein bisschen ab vom Schuss. Also Salento ist sowieso ein bisschen ab vom Schuss. Das Hostel ist noch mehr ab vom Schuss. Von daher würden wir das dann irgendwann aufsuchen. Aber jetzt gehen wir zuerst mal etwas essen, gell Alex? Hunger haben wir ja. Und geschlafen haben wir nicht wirklich viel. Wieder einmal nicht. Das ist jetzt glaube ich etwa der dritte Tag für uns. Beide hintereinander, wo wir nicht so viel geschlafen haben. Wir sind beide ein wenig auf der Schnurre. Aber das holen wir jetzt in den nächsten Tagen auf. Chillen. Wir haben einen richtig geilen Schuppen gefunden. Und zwar heisst das Brunch. Und ja, wir haben jetzt hier einen Früchtenbohle bekommen. Und hier irgendwie... Was ist da alles drin? Ei. Brot, Ei, Köffel, Zwiebeln, Käse, Speck, alles Mögliche. Champignons, Glabanen, das lassen wir uns nicht schmecken. Guten Alexander, bitte. So, wir sind jetzt in unserem Hostel angekommen. Und wir müssen mal die Zimmer anschauen. Richtig geil, so ein doppelstöckiges Bett. Aber wir sind irgendwie 1,40er Madratz. Das habe ich noch nie gesehen. Richtig cool. Und die Aussicht, die man von hier hat, ist natürlich auch der Oberhammer. Oh, ja. Und die Katze. Hier auch. Das ist das Alento. Das ist die Aussicht von unserem Hostel. Ich heiße, Alex. Sehr gut, danke. Bist du zufrieden? Tipptopp. Bereit zum Licken. Ja, also. So, weil es geschiffert hat, wie in Strömen, sind wir jetzt noch ein Gobillard zu spielen. Einfach vorstellen. Not. Elend. Das Niveau ist mir nicht wirklich gut. Aber es macht Spass, und wir können noch ein Bier trinken. So, ein wunderschöner Abend. Wir sind jetzt wieder zurück im Hostel. Und ratet mal, was es gibt. Alex, meine liebe Freund, hat mir Käse mitgenommen. Und Servila. Ich verrechle. So, gut. Einzig, was fehlt, ist Schweizer Brot. Da mussten wir hier ein wenig improvisieren. Aber noch schon Servila mit Käse. Wunderbar. Dessen hat es eine Grillstelle, aber es hat heute den ganzen Tag geregnet. Darum haben wir jetzt leider mitgrillen. Das machen wir vielleicht morgen. Wir haben noch zwei Servila. Und ja, jetzt geniessen wir hier noch den Abend trinken. Das Bier, isset ein wenig Servila und Käse. Und dann geht es morgen auf eine Wanderung. Bis dann. Guten Morgen, Alexander. Guten Morgen, Patrick. Wie fühlst du dich? Super geschlafen. Neun Stunden durch. Sehr schön. Das freut mich. Und schau mal, wir haben es morgen. Was gibt es? Kratz mit Ei. Und Früchte. Sehr gut. Und noch ein Brötchen. Und schau mal die Aussicht, die wir hier haben. Richtig cool. Und jetzt, oder nach dem Morgen, hauen wir es auf unsere Wanderung. Und wir gehen hier in den Park. Das habe ich schon wieder vergessen. Der heisst Jokora oder so. Irgendwas. So ein Nationalpark. Und dort können wir eine kleine Wanderung machen. So Alex. Das tun wir. Ein paar Jeep hier. Hinten drauf wird sicher eine lustige Fahrt. Wir sind jetzt auf dem Weg, auf dem Trail. Und wir haben noch Gast. Emily von England. Hallo. Und ähm, ja. Jetzt geht es ja glaube ich den ganzen Weg. Ich glaube etwa 6, 4,5 bis 6 Stunden. So irgendwas. Und äh. Ja. Es gibt es noch gar nichts. Hoffentlich kommen wir bei der Retour. Ja. Genau. Das hoffe ich auch. Und dass wir relativ bezügig durchmachen. Weil da, es ist eigentlich, man kann drauf gehen. Immer so gegen die 2, 3 am Nachmittag, angefangen zu verschiffen. Und zwar nicht nur ein wenig, sondern relativ fest. Und wir hoffen, dass wir um diese Zeit wieder zurück sind. Wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt, gell? Ist das so? Du willst nur eine Schnasse? Genau. So, wir laufen jetzt so wie durch die Dschungel. Einen Art. Und äh. Überall jetzt von so bei alten Brücken, die fast auseinander fallen. Die laufen hier den Fluss entlang. Und äh. Es ist ein richtig cooler Weg. Richtig coole Wanderung. Macht richtig Spass. Ist ein bisschen schlammig. Aber. Ja. Die Schuhe müssen wir dann sowieso waschen. Aber. Es ist wirklich ein cooler Trip hier. Valle Cocore. Heisst das glaube ich. Wenn ich mich nicht täuscht. In der Nähe. Ganz in der Nähe von. So. Salento. So, wir sind jetzt hier angekommen zu einem kleinen Restaurantchen. Und wir haben jetzt den traditionellen Trink bestellt von Colombia. Das ist heisse Schokolade mit Milch. Äh. Äh. Milch. Mit Käse. Alex, wie schmeckt es? Ja. Schon Besseres gehabt. Vor allem, es schmilzt damit. Do you like it? Sonst wäre es wie ein Melsum. Okay. Bei Juli habe ich beantwortet auf den Führungsstagen. Ja. Ja. Die Experience. Ja. Ich muss es probiert haben. Wir haben hier bei dem Kolibri Haus eine Pause gemacht. Und da hat es eben ganz so ein Haufen von diesen Kolibri. Schau mal. Cool, eh? Schön. Sehr schön. So. Es hat angefangen zu regnen. Aber ich habe natürlich meinen Schirm dabei. Und ich bin sehr sehr froh. Erstens. Dann würde meine Kamera nicht nass. Zweitens. Ähm. Weil mit der Regenjacke. haben wir viel zu warm meistens. Wenn man so ein wenig am Wandern ist. Und drittens. Ich habe jedem ein lächeliges Gesicht selber, das entgegenkommt. Weil die nicht erwarten, dass einer mit dem Schirm da durchlatscht. Es ist noch lustig, diese Reaktionen anzuschauen von diesen Leuten. Aber ja. Warum nicht? Ich sehe vermutlich nicht so aus wie ein Long Term Traveller für die. Oh. Gott Maria, du. Aufpassen. Paddy. Ähm. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Butter. So. Das, was ihr hier im Hintergrund seht, das sind ganz bekannte Palm... ähm... Palmen? Palm Trees. Und das sind, glaube ich, die grössten der Welt. Die können, glaube ich, bis zu 60 Meter hoch werden. Da. Seht ihr da? Der ist recht hoch. Und das ist eine ganz bekannte Note. Das ist zum Beispiel auf der 100.000 Pesos Note von Columbia. Wo man die eigentlich fast nie bekommt. Aber dort ist auch ein Bild drauf, abgebildet von diesen Palm Trees. Und wenn es ein bisschen schöner wäre, wäre es richtig, richtig schön, um da ein paar Fotos zu machen. Jetzt ist es leider nicht so schön. Aber wir sehen gleich ziemlich viel schon. Weil jetzt hat es gerade ein bisschen aufgetan. Vorne ist wirklich alles voller Nebel gewesen. Und da hinten seht ihr noch so ein bisschen ins Tal hinteren. Also es ist richtig, richtig ein cooler Ort. Und das mit diesen Palmen sieht wirklich schon cool aus, he? Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Und wir gehen heute auf eine Kaffee Farm. Und wir haben noch ein kleines Problem. Und zwar unsere Schuhe sind beide backnass von gestern. Aber Alex, der alte Fuchs, Wölfleleiter da. Er hat natürlich einen super Trick. Jetzt wollen wir mal schauen, was er macht. Alex, kannst du dir sagen, was du da losgibst? Die Säcke, neue Säcke, Plastiksäcke und dann die Schuhe. Hilft. Definitiv. Ja, ich war nie bei den Pfadfinder gewesen. Oder wie heisst es dich eben da bei uns? Ja, ungefähr so. Aber ja, ich hoffe jetzt mal, dass das klappt. Ich hoffe, dass Reis hilft, mein Handy zu drücken. Er hat noch sein Handy in der Regenjacke gehabt. Es hat gestern ein wenig stark geregnet. Jetzt hat er da ein wenig Reis. Und sein Handy eingelegt. Ah! Hoffentlich wird das nachher wieder besser funktionieren als jetzt. Und ja, jetzt machen wir uns parat und nachher geht's los! Los! So, wir sind jetzt hier hochgequatschelt auf dem Mirador, Aussichtspunkt in Salento, mitten im Dorf. Mit unseren super Schuhen. Richtig stylisch. Schauen uns alle Frauen richtig nach. Ist krass. Wir müssen sie, glaube ich, abziehen. Es ist ein wenig mühsam. Ähm. Da sehen wir übrigens Salento. Das ist eigentlich ein ganz herziges, kleines Städtchen mit ganz alten, schönen Gebäuden. Und da auf der anderen Seite sieht man die Natur. Die hügelige Landschaft mit den Kaffeeplantagen und so. Das müssen wir nachher schauen. Das Problem ist nur, wir wissen nicht genau, wo durch. Aber das finden wir schon raus, gell Alexander? Wie immer. Hä? Ja, ja. Das finden wir schon eine Lösung. Jetzt hauen wir es da, glaube ich, wieder runter. Und dann gehen wir mal auf die Suche nach den Kaffeeplantagen. So, es ist etwa 12 Uhr am Mittag und wir sind immer noch nicht in der Kaffeefarm gewesen. Wir sind ein wenig... Ja, wir haben immer gedacht, es kommt dann noch eine, es kommt dann noch eine. Und dann plötzlich ist halt keine mehr gekommen. Und jetzt sind wir schon relativ weit gelaufen. Wir sind etwa vier Stunden gelaufen heute Morgen. Jetzt sind wir halt in ein Restaurant hinein gehökeln. Jetzt läuft man dann alles wieder zurück. Weil da ist so eine Halb-Hauptstrasse und es ist nicht so lässig zum Laufen. Aber wir sind jetzt in ein Restaurant hinein gehökeln. Und schauen wir mal, was da Geiss gibt. Wir haben hier so Fisch mit Knobelisauce. Und das ist Plata, das ist eine trocknete Banane. Und Alex hat auch einen anderen frittierten Fisch. Schmeckt es, Alexander? Sehr gut. Ja, ich bin zufrieden. Sehr. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben doch noch eine Kaffeefarm gefunden. Und jetzt wird es geschafft. Wir haben jetzt so eine Korbe bekommen. Zeig mal, Alex. Hier müssen wir jetzt ein wenig blitzen. Die Kaffeebündel einsammeln. Und dann wird der ganze Prozess uns noch gezeigt. Und dann können wir noch das Kaffee geniessen. Und das alles auf dieser richtig coolen Finca da hinten. Richtig schön. Ich zeige euch dann noch ein wenig ab. Jetzt gehen wir zuerst mal gebürzen. Gell, Alex? Sicher. Top! Top! So, wir sind jetzt hier am Pflücken von der Brunnen. Also von der Kriesi. Genau. Kaffeecherry heisst die. So sieht das aus. Genau, so sieht das aus. Und wenn man die aufmacht, den Alex kannst. Das will ich schnell demonstrieren. Weil es regnet jetzt. Darum sind wir jetzt hier wieder unter das Dach gegangen. Dann sieht das dann nachher so aus. Das ist nachher der Kaffeebohle. Und die wird dann nachher getrocknet. Nehm ich davon. Ah, soweit sind wir noch nicht. Aber das sollte so sein. Und so einen Kaffeebaum. Da hinten seht ihr die übrigens. So die kleinen. Die haben insgesamt 20 Jahre. Die wachsen. Dann hauen sie es wieder ab. Und dann wachsen es wieder. Also insgesamt nach 20 Jahren ist dann nachher etwas durch. Und Kolumbien ist dann? Drittgrösste. Drittgrösste Kaffeeproduzent der Welt. Nach Brasilien. Und Indonesien. Nein? Nein. Vietnam. Vietnam. Brasilien, Vietnam, Kolumbien. Und da glaube ich nochmal jemanden. Und die machen 75% der ganzen Kaffeeproduktion, also von den ganzen Kaffee auf der Welt aus. Also diese paar Länder. Spannend, Alexander. Wir haben wieder etwas gelernt. Super. Wie findest du sie jetzt? Es regnet jetzt ein bisschen fest. Aber sonst ist es genial. Top. Ich freue mich auf den Kaffee. Ja, ich mich auch. Ich freue mich. So ein Picker da, bei denen die hier arbeiten, können bis zu 80 bis zu 100 Kilo pro Tag ernten. Und pro Kilo kommen es 500 Pesos rüber. Also die können bis zu 50'000 Pesos pro Tag verdienen. Was für das eigentlich noch ziemlich viel ist. Die Haut wird dann vom Kern entfernt, dann wird sie gewaschen und dann wird sie getrocknet und da wird sie getrocknet. So Alex, du findest du? Sehr gut. Du möchtest es anders als für uns? Ja, es ist wirklich anders. Uns ist schon viel bitterer. Kräftiger. Ja, kräftiger, bitterer, aber es ist gut. So, die Tour ist jetzt fertig und wir sind jetzt noch in einem kleinen Caféhaus. Das sieht aus wie ein Starbucks. Ganz lustig. Und was trinkt man hier in einem Caféhaus? Natürlich. Der Rest als Bier. So, unsere Tour ist jetzt fertig. Wir sind jetzt noch im Brunch. Das ist das Rest, das wir angekommen sind und als allererstes gegessen haben in Salento. Und das empfehle ich euch auch wenn ihr hier reinkommt. Richtig, richtig geil. Wir haben jetzt noch einen Burger bestellt. Ich habe noch nie probiert, aber Alex kann euch gleich zeigen wie es schmeckt. Hammer, absolut geil. Kann man empfehlen. Wir müssen da reinkommen. Sehr gut. Also, und so setzt es jetzt mal übrigens aus. So, das Video habe ich natürlich wieder mal vergessen zu beenden. Darum mache ich das jetzt an dieser Stelle. Danke fürs Einschalten. Das nächste Mal wieder dabei sein und bis dann. Ciao, ciao. Das war mal erwatos. Das war mal erwähnt. Los war ja auch nicht! Ja, das war's.